Der FK aus der Wien hat jetzt die Chance hier gegen Babelsberg den großen, großen Schritt Richtung Titel zu machen. Und die Violetten von rechts nach links. Und jetzt ein hoher Ball in die Offensive. Green Hunters ist aus seinem Tor und fängt den da erstmal ab. Jetzt wird es aber noch mal heiß mit Taube Nuss. Und dann war es Mitterhäcker und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Verursacher, Innenverteidiger, Maffinio alias Mitterhäcker und die Chance für den FK aus der Wien hier in Front zu gehen nach sieben gespielten Minuten. Da war doch schon mal was mit Mitterhäcker. Möglichkeit von Green Hunters hat den. Der hat den und fischt den. Der Typ ist eine Katze. Was der schon an Elfmeter gehalten hat, ist unglaublich. Plus forever. Wieder der hohe Ball. Nächste Möglichkeit mit Firefighter. Und Green Hunters wird nochmal geprüft. Der ist auf jeden Fall noch da. Und jetzt gibt es aber die Chance. Und wieder Green Hunters zusammen mit Maffinio. Was eine Anfangsphase hier. Yunus. Also das gibt ordentlich Bildmaterial, meine lieben Freunde. Green Hunters und das kann man jetzt nach 13 Minuten sagen, hält dieses 9 zu 0 hier fest, nachdem der Tabellenführer hier eine ganz kurze, aber heftige Drangphase hatte. Jetzt der Standard hier. Christian. Immer noch Christian. Christian. Abschluss ist da. Und Marco auf der anderen Seite. Genauso glänzend. Klausen. Jetzt ist ein bisschen Platz. Jetzt ist Platz da. Blues forever. Nochmal Klausen. Und Green hat das. Steht wieder richtig. Und der bringt hier nach 27 Minuten den Tabellenführer so ein bisschen zum Verzweifeln. Der den Ball da lang auf der linken Seite spielt. Und der erreicht Blues forever. Sieht sich jetzt im Dribbling. Macht das sehr gut. Bleibt dann erstmal hängen. Nochmal in den Rückraum auf Madfreak. Und Taube Nuss. Da müssen sie dann irgendwann mal rangehen. Das macht Maffinio. Und der lässt sich durch diesen verursachten Elfmeter nicht verunsichern. Firefighter. Nochmal Maffinio dazwischen. Eine gute Aktion. Egal auf welcher Seite. Und schon kann es dir einen Treffer geben. Und das ist kein Elfmeter. Das ist kein Elfmeter. Also entweder machst du Gleichberechtigung oder nicht. Hier sagt der Schiri, das ist keiner. Ich denke, dass da die Meinungen auseinander gehen. Gute Einzelaktion. Firefighter. Nochmal. Klausen. Blues forever. Wieder Green hat das. Steht richtig. Firefighter. Nochmal mit der Hacke. Klausen im 16er schon. Immer noch in den Rückraum. Blues forever. Julian. Und Prohaska. Maffinio. Blues forever. Und dann ist der Ball im Tor. 1 zu 0 für den Tabellenführer. FK aus der Wien. Blues forever. Der Topscorer mit seinem 28. Scorer. Punkt hier. 14. Spiel. 18. Tor. Es ist schwierig daran zu glauben, dass die da oben nochmal weggeholt werden. Tornicken. Tornicken. Und Marco fliegt durch sein Fünfer. Nächste Ecke. Der Fünfte. Beim 3 zu 1 Erfolg im Derby gegen den Grazer ESC. Das waren die einzigen Gegentore, die sie bekommen haben. Christian mit einer Riesenmöglichkeit. Direkter Abschluss. Letzte Möglichkeit. Das konnte das hier. Tom. Über die rechte Außenbahn. Gibt es nochmal einen Abschluss hier für die 0-3er. Jetzt hat er freie Bahn. Der muss den Ball reinbringen, wenn er möchte. Und jetzt muss er irgendwie rein. Der Ball kommt rein. Möglichkeit. Taube Nuss. McFishy. Jetzt der Ball in den Rhein. Der Österreicher. Und das war's. Und das war's, liebe Freunde. Ein wahnsinnig gutes Spiel zwischen den Babelsbergern und dem RFK Austria Wien.